Herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Runde Call of Duty Warzone. Wir springen auch direkt in die Action. Wie angekündigt, habe ich noch 1, 2 Squadrunden für euch. Das war unsere erste, sehmeh, erfolgreiche Squadrunde, die wir seit dem Season 3 Update gespielt haben. Ihr habt mitbekommen, wir haben sehr viel Valorant gespielt, relativ wenig. Warzone in Season 3 und das, was ihr in Season 3 bis dato gesehen habt, war Munkholm, die Legende. Wer es verpasst, hat das letzte Video schauen. Und ein Part-Cheater hier, ein Part-Cheater da und sonst eigentlich auch überall ein Part-Cheater. Jetzt habe ich hier eine COD-Warzone-Folge, da habe ich euch extra gefragt, ob ich die euch hochladen soll. Selbst wenn es jetzt nicht die 30-Kill-Runde wird. Und ich habe mir noch eure Kommentare ein bisschen eingegangen und will sie euch auf jeden Fall zeigen. Ich habe sie mir selbst sogar nochmal komplett angesehen, ob ich wirklich damit zufrieden bin. Und was mir aufgefallen ist mittlerweile, ist, dass bei Warzone hast du entweder am Anfang viel Action, dann kommt die Downtime und das Ende ist eigentlich immer geil. Ich liebe sämtliche Final-Gameplays von COD Warzone und das war auch so ein bisschen das, was die Runde jetzt wieder rausgerissen hat. Ich finde das Finale immer spannend und ich hoffe, euch geht es auch so. Ganz, ganz herzliches Dankeschön nochmal für den Warzone-Support. Ich würde mich weiterhin freuen, wenn das so bleibt. Ich werde auch in Zukunft dann jetzt wieder neue Folgen aufnehmen. Und auch wenn ich kein großer Fan davon bin, vielleicht ändere ich auch mal das Loadout. Warum ich das sage, ist, in dem Video habe ich ein anderes Loadout. Die AUG ist zwar mit dabei, aber ich wollte eine Car spielen mit einem geilen Skin. Wäre aber nichts. Nichtsdestotrotz, ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Ich will gar nicht zu lange labern und jetzt geht es los. Und ja, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und jetzt lasst ihr euch ein bisschen unterhalten. Während des Absprungs kann keine Beute gemacht werden. Einer ist übrigens hinten an der Polizeistation gelandet. Wir haben, was haben wir? 5, 6, 7, 8, 9, wir haben genug, oder? Ja, wir haben genug Geld. Airdrop, komm. Direkt Airdrop. Kommt hier hoch wieder. Ich eile, ich schließe. Der Letzte kauft. Hier nicht drüber. Das ist ja echt. Hier schränke ich mal so ein bisschen an, ja? Ach, da häng ich mich die ganze Zeit an. Ein bisschen konnte noch. Äh, da hätten wir einen Gegner. Ich stürze, dass ich hier nicht mit dem Messer laufen kann. Aber ich kaufe jetzt. Was ist, wenn ich jetzt Munition kaufe? Was ist, wenn ich hier nicht mit dem Messer rauskomme? Komm mal. Suppressing fire. Ich will ein bisschen Angst anjahren. Wenn das Ding da runterfällt, sterben wir. Ich sehe mich schon tot wieder. Ach komm, nehmen wir jetzt mal die neue Klasse. Nützliches Werkzeug. Ja, das stellt sich noch raus. Äh, da hinten war er wieder. Verstanden. Da gehen wir jetzt hin, ne? Da gehen wir jetzt hin, ne? Da ist auch. Da ist auch noch nicht volle Platten. Hast du noch eine? Ne, ich habe keine. Wer hat einen Hit? Ich drop eine. Er hat kein Schild mehr. Er hat noch ein Hit. Kein Schild mehr da. Von der Platte gedroppt. Ja. Da ist noch einer. Der wird ein Vierer-Sport sein. Da hat noch einen Hit. Zwei hinter dem LKW. Oh Gott, wie schießt die DMR wohl? Äh, da auf dem Berg. Auf dem Berg. Kein Kontakt. Ja, sehe ich. Ich kann die Flugbahn und die Distanz absolut nicht einschätzen. Da sind wir noch im Bus. Äh, einer läuft da hinten lang. Ich rücke vor. Er hat keine Ahnung mehr. Da hinten, live Marker, zwei Leute. Die hauen ab. Wer ist im Haus rein? Kommen wir näher ran jetzt alle? Ja. Also nicht, dass wieder zwei hinten bleiben. Ich habe nicht mal viel Schuss. Ja, ich habe nicht. Oh, von links am Haus, im Haus. Ja, ja. Hat einen Hit. Oh Gott, der hat mich gegen die Sau. Nur der eine. Er ist down. Er ist down. Der hat keine Granate. Der hat eine Bude. Erinnert es noch? Ah, das ist der, der gegeben werden muss, oder? Der wird auch auf dem Heartbeat angezeigt, oder? Ich denke, ja. Wenn er nur gedauert ist. Wo ist denn der? Oben im Fenster, neben dem Backsteiner aussehen. Äh, die Zone kommt wohl, ne? Wir müssen rein. Habt ihr noch Platten, die ihr da oben droppen könnt? Oder so? Ich habe zwei. Ich habe noch eine. Ich würde gerne zum Huni hier vorn, oder? Das ist die Polizeistation. Ich habe hier noch eine Platte gedroppt. Hier ist noch mehr Panzerung. Wo ich da mitgenommen. Ja. In dem er gefällt mir nicht. Platte, hast du gedroppt jetzt wieder, oder nicht? Jetzt wieder. Okay. Ja, jetzt wird es schwierig mit dem Quad, wa? Aha. Geht. Können sieben Leute drauf. Warte doch. Ich bin den richtigen Platz, so. Hey. Halt. Das sind ja indische Verhältnisse, die hier geschehen. Da kommt ein Raketenwerfer, Alter. Die sind einfach weggekommen. Die haben die Homing Missile. Er schmeißt die Platten, by the way, wirklich nicht immer richtig rein. Das backt ein bisschen rum. Das sind mir von dem letzten Match auch aufgefallen. Und jetzt wieder. Okay, alles gut. Ich hätte das auch nehmen. Hier sterben wir immer. Wollen wir hier halten? Nee, ne? Oder? Doch, wir sollten es losgehen. Ich war hier rechts in den Zelten. Hartwig sagt noch nichts. Au! Boah. Ich würde gerne mal wissen, auf welchen Stand ich eine DMR nutzen sollte. Die ist ja Käse. Vielleicht gar nicht. Wir waren schon Gegner. Hier in meinem Haus noch nicht. Das waren es auch Freunde. Die werden gehandelt, by the way. Wir waren einfach Freunde. Oh, hier wird gefeitet. Hier auf dem Stadion ist glaube ich jemand, oder? Hier bei den Häusern schlicht ich, ne? Ja, hier beim Shop. Der Händler hier könnte haben, was du brauchst. Oben auf dem Dach, live Mark. Hatten Hit. Down. Down, 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 down. Ja, mach ihn mal weg, mach ihn mal weg. Ja, klar. Da, nö. Schön. Ben hat's erwischt. Hä? Ah. Ich bin gerade runtergefallen. Da wird geschossen. Aber... Das ist unser Move. Wir chillen hier und gucken wir an. Was ist denn da? Ja, unterm Stadion läuft was lang. Wenn das hier auf dem Dach anschreien. Da ist beim Shop da vorne. Ich komm mal mit. Was, ey. Das ist auch mal wieder. Das rechts ist blaue Haus, das große, da waren welche drauf. Es fehlt ja noch der Rest des Teams. Ja. Augen auf dem blauen. Ja. Down, tot. Instrichen. Ja. Ich versuche den mal irgendwie zu looten. Ja, hier im blauen drinnen. Unten. Ich bin erschrocken, ey. Du lebt noch. Auf meiner Leiche. Ja, warte, warte. Ach so. Wo ist das bei mir? Hab ihn. Ja, nein. Auch Instance? Ja. Ich dachte, er will dich finishen mit dem Move. Ich dachte auch. Ich habe keine Platten mehr. Ich habe nur eine Diegel. Wir könnten Platten kaufen. Ja, ihr könnt absolut shoppen, ja. Du bist sicher. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Also, mir fehlen 200, dass ich auch Platten shoppen kann. Also, 200 Legen, tippee? Ja. Ja, das ist auch okay. Ja, du kannst mir dann gerne wieder legen, dann holst du neue Platten. Ja, ich lege auch noch mal hier. Ich habe zwar keine Platten Reserve, aber... Ach, da hat sich Self-Revive geholt. Das ist immer Geld. Ich bin cool. Ich habe Geld mit Platten. Hier liegen noch zwei Platten. Ich will die nicht. Die lag ich noch auf dem Boden. Ich habe mir Self-Revive geholt, ja. Ähm, ich würde hier oben mal den Kuchen gucken gehen. Lass dann... Hier können wir nicht walten? Über den Zaun? Über diesen... Über diese... Steinmauer? Hier, wo ich die? Nee, hier kann ich nicht rüber walten. Ich bin zu dumm, das kann auch sein. Hier, klar geht das. Guck hin. Nee, du bist hier auf das Egal. Nee, 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 das stimmt nicht. Ja, habe ich doch gesehen. Schieß nicht auf mich! Nur weil du da jetzt deine Hände nicht an den Maschendrahtzaun bekommst. Lassen wir das mal weitergeben, oder? Oben der... Gipi will wieder irgendwelche Faxen machen, deswegen muss ich nur wieder warten. Ich habe den ja verlootet. Hallo. Feindliche Drohne über uns. Wir kommen nochmal her. Ich komme nochmal her zum Shop. Ich lege dir noch Geld, dann kannst du auch noch Self-Revive shoppen. Ja. Gut, dass ich da oben noch war. Das heißt, wir haben jetzt alles Self-Revive. Sehr schön. Nicht klar, aber je nicht. Ich sterbe halt auch einfach nicht in dem Spiel, das ist gut. Hier links von uns circle was mit uns, ne? Hier waren die alle. Das waren die, wo wir Kopfknell drauf hatten. Wir werden gleich links neben uns in... Das ist nicht von Gipi Bane. Okay. Einfach okay. Ich glaube, von links bei gleich Gegner gekommen. Ich hatte so ein Gefühl. Dann geht es vertrauenswürdiger. Allerhand. Allerhand. Die werden ja bestimmt durch den Gulag laufen. Durch den Gipi. Gegner. Ich gehe hier hin. Ich gehe hier lang. Gegner. Also das Ding fliegt wie dieser Schneeballwerfer von PUBG. Ich freue mich schon auf Valorant. Ich bin auch schon wieder hyped eigentlich. Ja, ich habe schon Bock, aber Warzone macht mir auch Spaß. Das ist richtig. Wenn es bisher noch nicht so laufen tut. Ganz weit hinten Gegner. Hier vor uns. Süden. Gut gerade geschossen. Ja, 50 Meter von euch entfernt. Aber der ist aber auch noch recht weit weg. Die VSS meine ich. In PUBG. Als Schneeballwerfer. Hier irgendwo im Dickicht, habe ich es gehört. Wir können eigentlich hier ganz gut auf dem Hügel hier. Da auf dem Dach, oder? Ziel, hier. Und noch, der kommt gerade die Leiter hoch. Hat einen Hit. Hat genau getroffen. Keine Rüstung. Er ist ums Eck. Einer hat einen Hit, der auf dem Dach hat einen Hit. Noch ein Hit. Ja, klar. Das jetzt hat sich hingelegt. Coolfall berechnen und so. Vielleicht kann man da unten. Guten Morgen, Chad. Wie nennt man einen Sub-Down-Shirt? Die sind aber jetzt in der Zone, oder? Also, die müssen eigentlich ganz dringend los. Die haben hier auf dem Dach auch. Und da hinten am Steiger. Die wir gerade geschossen haben, die müssen eigentlich, äh... Da unten sitzt eine ganze Gang. Ja, hat gefressen, einer. Alter, der ist ja gar nicht. Ich weiß nicht von wo. Boah. Von rechts, glaube ich. Ja, von rechts. Von uns. Du bist noch nicht tot, Pader. Oh, oh. Danke. Also von der Richtung. Lass mal weiterlaufen. Und dann lass mir drauf zulaufen. Ja, so sind wir. Ja. Das ist der Hans-Showdown-Themes-Song. Ja, viele... ...fiese Silben. Der ist schon geil. Ja. 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 Wir sind schon fast in der Zone. In der nächsten Runde werde ich auf jeden Fall wieder meine Sniper spielen. Ja, X50. Da oben ist irgendwie C4 auf dem Dach, glaube ich. Recht. Irgendwas läuft, ist da rot. Das Gas kommt. Wo geht's hier hoch? Ah, ja. Hm. Guter Marsch. Na ihr geilen Gamer, wie die Drew die mal sagen würde, wie geht's euch? Da hinten. Feind! Gier! Schwig. Dein Maid ist noch da hinten und ein Sniper drum. Aber da kannst du mit dem Luftdruckgewehr nichts machen. Wie hat's erwischt? Wie hoch hat's erwischt? Hat wer noch ne Platte, die er mir abtreten kann? Ja, da. Ne, ich krieg... Hier, warte, ich hab dir einen Head-Drop. Äh. Da ist halt wirklich die eine her. Ja, das ist auch richtig. Da liegt der. Der war immer noch da hinten auf der Hütte. Wo war der nochmal? Freaky, warum ging's dir schlecht? In Overwatch wieder silber geworden? Nein, Quatsch. So wird dir jetzt gut. Da, und daneben, links daneben ist noch einer an der Tür. Da sind zwei, drei Stück auf dem Dach jetzt. Hey, mit meinem Luftdruckgewehr kann ich einfach nix machen, oder? Wer wird hier beschissen? Hey, ich bin doch schon weg. Der Don Gupi wieder. Hier war auch grad noch einer. Ich hab grad ne Mission gemacht, Leute. Wieso fallen die da alle um? Jetzt hat er mich erwischt. Hat er echt? What the fuck? Warte ich. Du wirst nicht hochkommen, ohne dass ihr den Head-Druckt. Das Gas breitet sich aus. Wo ist... Er ist auf dem Dach, oder? Ja, er ist irgendwo am Arsch der Welt. Ich bin safe, aber ich glaub nicht, dass du hochkommst. Könnt ihr euch nicht self-bewerfen und dann kriechen und... Okay. Stillhalten! Hoch mit dir! Gehen wir! Hier ist noch ne Platte. Keine Rüstung mehr mehr. Hier ist noch ne Platte bei mir. Ist okay. Auf eine gedroppt. Hier ist noch mehr Panzerung. Hier ist noch mehr Panzerung. Hier ist noch mehr Panzerung. Und sub-gift. Dankeschön, ihr Wilden. Machen wir hier. 33 Meter geradeaus. Tim, hast du die Platte, die ich oben gedroppt habe, nicht genommen? Doch, aber die ist schon wieder weg. Wo für die Droppingen dann? Ja, das ist ne gute Frage, ja. Ich hab vor uns hier noch eine. Hier so eine Platte, Tim. Ich bin jetzt einfach mal rein, weil ich auf dem Heartbeat nur den einen gesehen habe. Und der ist halt 40 Meter in die andere Richtung. Steps links von mir im Haus. Hier ist auf jeden Fall ein Step drin gewesen. Bei Elektro ist was. Bei Elektro ist auch was. Warte, was? Der Heartbeat. Hier links im Haus. Komm. Da oben, der ist hoch. Hinter mir, hinter mir. Ich hab... Was war der von dir? Dadurch. Der ist hier hoch. 10 Meter. Oh nein. Habst du ne Leiter? Ja. Ich bin auf dem anderen Haus. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Okay, nice. Wir haben ihn. Erstmal hab ich ihn. Ja? Das möchte ich ganz festhalten. Ei, Quatsch. Da liegt noch ne Platte. Da? Wo? Hab einen Down. Das ist der, der euch glaub ich ganz viel Downs hatte. Das war ein Drei Stück. Das ist ein Kollege, der liegt sich da grad hinten mit. Tim. Hier sind die Platten. Noch einer hat keine Rüstung mehr. Bummels. Hier ist aber der. Ja, 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 ja. Der ist gelogen. 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 Ich bin auf meinem Dach. Ja, genau. Den meine ich. Aber das muss. Ich bin down. Kein Gulag. Kein Gulag mehr. Holy fuck. Kann ich das überleben. einer hat es erwischt einer down auf dem nebendach ja die waren die ganze zeit noch einen hat erwischt hier sind zwei leute down auf dem dach ringen shop platten hier sollten wir sollten weiter die müssen auch ja ja wir müssen die nächste zone zum krieg sogar schüsse ab die für mich sind gemacht wir haben keine platten mehr keiner mehr von uns ich habe noch zwei in reserve ich glaube jetzt eine und jetzt eine auto rechts ja das kommt auch das kommt jetzt habe ich auch noch eine falsche dienst gekauft der ist weggefahren wir müssen eigentlich platten shoppen ja das war reichlich rasant damit ich habe noch mal platten gekauft also ich habe noch ein paket da liegen lassen ich glaube ich 27 falls jemand geld hat für self-awarepricht da ich meine lektor hier rechte cloud in das war die tür aufgegangen immer drin irgendwas aufgegangen heute in die richtung halt das rezept gehalten hier ins haus oder nicht und hier sind so viele fenster sie haben wir einen roten punkt auf dem werk brauchen ein größeres haus direkt hier im bus bei mir vor mir ja in dem haus hier drin hinter mir hinter mir auch noch die bloß da weg und weg haben wir kein schild mehr erst hier bei mir bei mir das dauern nur da und ich glaube hinter mir die zwischen uns ist auch noch da so und wir sind genau da so und wir haben aber ein scheiß ich will das polizeirevier kriegen wir das noch hin ich bin im polizeirevier dann bauen hinterm baum hat keine schild ist da das team ausgelöscht und nimmt das präsidium mit drin und die mit wenn ihr braucht das ist auch sehr sehr offen gerade was hier geschieht ja das war hier dabei bleibt nicht das passiert keine ahnung mehr keine ahnung mehr der bäger auf man mag da hat der kapiert ja 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 fertig gemacht viel scharf schützengewehre gegen einen hat das war holen also hinter uns müsste auch noch kommen ein polizei train stage hinter uns ich bin er lebt aber noch ist runter gefallen wir sind auch die werden unser hause einnehmen links oben halten wir das es gibt keine gute ecke in dem haus wer wollte denn nach hier ich bin weg tschüss hier guck mal meine ecke ist gut ich bin voll safe das ist eine katastrophe noch 16 leute hier links 17 meter von uns zwei leute wir haben vier vierer team also wir haben fünf ne geht gar nicht hier links von uns links von uns also 29 meter zwei leute also auf jeden fall ein zweier das ist ja ich auch warum ist meine scheibe kaputt gehen ja ich hab mir oben drauf wess man kann halt nirgends wo entdeckung geht ja er ist runter gesprungen einer runter gesprungen der pusht euch glaube ich noch ein sniper richtung 105 die landen hier dann ja auf unserem haus ich glaube er war eine ja noch einer noch einer die klaus bei mir in der türkipi glaube ich genau auf unserem haus sechs meter hast du ein hartbild hier drin quatsch ein hartbild hat jemand in er und klar schlag oder so über die train station kommen welche die sind auch ich bin gesniped worden ich lebe aber noch ja kann man vielleicht hier direkt ja ich war schon vor du musst dich hinlegen aber ich habe ich stehe ich bin mann wer noch platten und geschossen hat noch eine platte ich habe eine platte soll ich nur seid egal da ich habe keine maske ich habe keine maske wir müssen jetzt hier raus den habe ich den habe ich den habe ich da ist noch einer glaube ich links los durch hat kein schild mehr doch ist rechts über links da und suchen gegen 3 und zerstören oben auf dem dach hat kassieren muss kommen der muss kommen er springt gleich vielleicht das hause jetzt die animation sehen überhaupt die die neue gemacht haben überhaupt nur drei leute hoch gehen 14 kils einer wartet unten ich sag's dir dürfen alle mit auch gott sei dank hat mir da so die premium pose in dem haus der unsichtbare hippie da hinten sitze ich doch ich weiß nicht raus junge weg mit dir oh ja jawohl über zehn kill wie angekündigt das ist aber die eine waffe wenn ich mehr spiele mit der axt 50 hätte ich bestimmt noch zwei geholt